Habe die Ehre, wir waren im Studio und was wir da so drüben haben, das zeige ich euch jetzt auch. Wir sind mit einigen Demosongs ins BeatBird Studio gefahren. Nachdem wir dann einen klitzekleinen Feinschliff gemacht haben, haben wir Drums, dann Bässe, dann getan und dann Gesänge aufgenommen und mit Hanni als Produzenten ist das alles einwandfrei von der Bühne gegangen. Servus! Servus! Hallo! Kannst du jetzt schwimmen gleich oder nicht? Einer unserer wichtigsten Wegbegleiter in dieser Studio Session war auf jeden Fall der Franz München. Also mit dem haben wir schon riesig viel Spaß gehabt. Und es schaut jetzt vielleicht so aus in dem Reel, weil wenn wir nicht riesig viel da hätten, dann habe ich meistens nicht mitgefilmt, weil ich ja was zum tun gehabt habe. Von dem her, wir haben jetzt sechs Songs im Kasten und freuen uns alle riesig, die mit euch im Laufe vom nächsten Jahr zum Teil. Merci fürs Zuschauer und wir rühren uns, wenn es was Neues gibt. Ciao!